Hier ist die Polizei. Herr Hauptmeister. Wir brauchen den Arzt. Ich übernehme ihn. Was ist denn? Wir müssen rausfinden, wo das Geld geblieben ist. Hast du dein Teamwork schon mal gehört? Dein Team? Ich dachte, das leitet Ina. Wie auch immer. Attacke. Hau den Brunnen! Ich weiß es nicht! Louis ist nicht hier! Die haben getrunken und was genommen. Wo ist Maggie? Wo ist sie? Die Frauen sind keine Ware. Sie sind auch keine Schlampen, kapierst du das? Ich hab das nicht gewollt. Gretzky wurde benutzt. Selbstverständlich, bei so einer brisanten Story. Lügenpresse? Das ist nur freundlich formuliert. Und wir? Kannst du da reinzoomen? Das reicht nicht, um sie zu identifizieren. Das ist Jackie. Das ist nur, weil deine Tochter blond ist und heute Nacht nicht nach Hause gekommen ist. Nein, mein Sohn war nicht schwul! Ich war meine Mauder! Was soll ich denn machen ohne dich? Sie... Sie call me? You want me to talk to police, but I don't talk. Lass meine Familie auf dem Spiel! Hilfe! Ich hab nichts gemacht. Passen Sie auf Ihr Leben auf. Es ist zerbrechlicher als man denkt. Passen Sie auf. 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 Passen Sie auf.